Herzlich Willkommen zu Edelreudig, dem Podcast der bittersüß, wie das Leben schmeckt. Mein Name ist Felix und heute spreche ich mit Miri, die schon mit Anfang 20 ihre ersten Bandscheibenvorfälle hatte. Sie wird uns erzählen, wie anstrengend und zermürbend es manchmal war und wie sie heute darauf zurückblickt. Viel Spaß dabei! Im heutigen Podcast soll es ja darum gehen, wie es ist, wenn man relativ jung so eine Krankheit bekommt, oder Krankheit ist vielleicht das falsche Wort, eben dass man körperlich so eingeschränkt ist, dass es einen massivst in seinem Alltag einschränkt. Und jetzt wäre meine Frage, wie das Ganze überhaupt bei dir losging, wie alt warst du da und was konkret ist dann passiert, dass du das erste Mal gemerkt hast, ey, mit meinem Körper stimmt was nicht. Also man muss dazu sagen, du hast relativ früh Probleme mit deinem Rücken bekommen. Das ist, was ich weiß, was du mir damals erzählt hast und dass du eben mit, glaube ich, Anfang 20 deinen ersten Bandscheibenvorfall hattest. Und vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen genauer erzählen, wie das Ganze gestartet hat oder wo du das erste Mal gemerkt hast, oh, das ist nicht gut. Die Kurzvariante ist sicherlich, dass, vielleicht ganz kurz vorspulen, heute mit Anfang 30 ich auf insgesamt sechs Bandscheibenvorfälle zurückblicken darf, beziehungsweise, da wird es dann schon wieder schwierig mit der Definition, es sind sechs Bandscheibenvorfälle an zwei Etagen, das heißt konkret an zwei Bandscheiben in der Lendenwirbelsäule und der Vorfall ist quasi hier als Ereignis zu verstehen, das heißt, ja, sechs Mal ist was passiert, sechs Mal ist mir da eine Bandscheibe aus dem, aus dem Rücken gehagelt und einmal davon wurde ich operiert am Rücken, das Ganze war mit 24, wie gesagt, jetzt Anfang 30. Der erste Bandscheibenvorfall, da war ich 20 Jahre alt, gerade neu im Studium, drei, vier Monate, glaube ich, Studium hatte begonnen. Im Prinzip das Tragische daran ist, dass ich erst drei, vier Jahre später herausgefunden habe, was eigentlich die Problematik ist, also dass es die Wirbelsäule betrifft, weil nämlich dieser erste und auch der zweite Bandscheibenvorfall gar nicht erkannt wurde. Und da sind wir auch eigentlich schon so ein bisschen an der Krux. Wenn man mit Anfang 20 einen Bandscheibenvorfall hat, dann wird einem gerne alles mögliche andere zugesprochen, was das denn sein könnte, von verzogener Lungenentzündung. Ich glaube, einmal habe ich sowas wie eine Bandscheibenvorhautentzündung attestiert bekommen, viel aber auch, ich würde mir das einbilden, ich sei nur wehleidig, es sei irgendwie eine muskuläre Krampfgeschichte oder ähnliches. Es wurde auch gynäkologisch geguckt, ob alles in Ordnung ist, weil ja die Wirbelsäule, Lendenwirbelsäule unten quasi nicht weit weg ist von der Gebärmutter, da gab es die Theorie, ob ich quasi einfach schlimme Regelbeschwerden habe oder eben, wie gesagt, mir das einbilden würde. War dann erst später im Auslandssemester mit 24, an meinem 24. Geburtstag, der dritte Bandscheibenvorfall, wo dann mal ein CT-Bild gemacht wurde und erkannt wurde, was es ist und dann wurde mir so an den Kopf geknallt, jo, da sind noch 1,2 Millimeter bis zum anderen Ende des Spinalkanals und dann ist Schicht im Schacht. Das heißt, Schicht im Schacht ist quasi querschnittsgelähmt? Das weiß ich gar nicht so genau, ob das bedeutet querschnittsgelähmt, das war in dem Moment auf jeden Fall meine Angst. Das hätte auf jeden Fall bedeutet, dann ist quasi gar kein Platz mehr über für die Nervenstränge, das heißt, dann wäre auf jeden Fall mit Ausfallerscheinungen zu rechnen gewesen, dann hätte ich vielleicht meine Beine nicht mehr bewegen können oder einzelne Muskelgruppen nicht mehr bewegen können. Auf jeden Fall war mir klar in dem Moment, das ist nicht gut, das wollen wir nicht, dass diese letzten Millimeter da irgendwie auch noch zu sind und kein Platz mehr ist. Ich bin natürlich, ja, ein bisschen zwangsläufig, ja, versiert oder kenne mich so ein bisschen aus medizinisch, aber das muss man vielleicht dazu sagen, ich bin natürlich keine medizinische Fachkraft, das heißt auch so Termini, die ich vielleicht hier um mich werfe, da will ich mich nicht ganz festnageln lassen, dass das alles noch so stimmt. Ist ja auch schon ein paar Jährchen her, der Beginn so, das heißt, ich habe meine Arztbriefe dazu nicht im Kopf, ich berichte einfach so, wie ich es empfunden habe und was ich mir davon gemerkt habe. Aus dem Gedächtnis sozusagen. Ja, und wann war denn so der erste Moment, wo du gemerkt hast, oh, das wirkt auch auf meine Psyche, also im Sinne von, das schlägt einem aufs Gemüt, man merkt, dass das einen runterzieht, dass man ja viele Sachen nicht machen kann oder auch vielleicht auch sogar Angst hat, manche Sachen zu machen, wenn man immer diese Angst im Hinterkopf hat, oh, da könnte ich mir das tun oder jenes tun. Wann hast du gemerkt, dass das irgendwie dir, dich oder so in deinem Denken oder in deinem Wohlbefinden eingeschränkt hat oder das erste Mal, dass du so irgendwie so ein richtiges Tief hattest dadurch? Tatsächlich glaube ich, dass es mich wirklich psychisch schwer belastet hat, war nach der OP oder auch vielleicht kurz vor der OP, die war mit 24 Jahren, das heißt so in den ersten drei, vier Jahren dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, Leidensgeschichte, habe ich das ja gar nicht so recht, vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, aber ich habe es nicht so verbucht. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht oder zu einem großen Teil dieser, dieses Zeitraums noch nicht genau, was es ist und habe, ja, beim ersten Bandscheibenvorfall mit 20, dann hatte ich viele Tabletten, wusste nicht, was es ist, habe mich so ein bisschen ausgeschaltet mit Schmerzmitteln, war trotzdem weiter auf den Uni-Partys, habe auch da weiter getrunken, habe eigentlich alles weiterhin mitgemacht und ich sag mal auf gut Deutsch mich so ein bisschen weggeballert mit Schmerzmitteln, das geht auch ein Stück weit, man kann dann noch recht viel machen und der Körper erholt sich ja auch von so einem Bandscheibenvorfall, das heißt, man darf sich das so vorstellen, die Bandscheibe rutscht quasi aus ihrer eigentlichen Position in der Wirbelsäule raus und in meinem Fall nach vorne, also Richtung Rücken quasi, ist auch bei den meisten Menschen so, dass es quasi, ja, jetzt habe ich nach vorne gesagt, nach hinten eigentlich, die rutscht nach hinten raus, quasi klassisch wäre, man bückt sich nach unten und hebt was auf und dann ist natürlich der Druck so, dass die Bandscheibe, wenn sie rausgedrückt wird, nach hinten geht, es sind nur Hochleistungssportler und Ausnahmefälle, wo die Bandscheibe in die andere Richtung, also Richtung Bauchraum rutscht, da gibt es dann andere, ja, vielleicht Schmerzverhältnisse oder ähnliches, bei mir ging das, wie gesagt, nach hinten raus, zu dem Zeitpunkt der OP und nach der OP, da war die körperliche Einschränkung am größten, weil ich eben davor natürlich einen massiven Bandscheibenvorfall hatte und damit schon verbunden Schmerzen tagelang, dann wurde ich operiert und hatte damit natürlich eine, ja, Wunde an einer sehr ungünstigen Stelle oder halt an der Lendenwirbelsäule, das heißt, ich habe einerseits noch die Schmerzen orthopädischer Natur an der Wirbelsäule gespürt und aber auch die Wundschmerzen und das natürlich beim Liegen, was eine ungünstige Stelle für eine Wunde ist, wenn man Rücken hat, weil eigentlich das Liegen ja so einen entspannenden Faktor hat und alles andere irgendwie anstrengend für den Rücken ist und schwierig und das war dann sicherlich sowas, ich will mal sagen, über den kontinuierlichen Schmerz über Wochen hinweg und ich würde heute sagen, Schmerz macht auf jeden Fall Mürbe, also jeder Mensch, egal mit welcher Ursache, aber der mal längere Zeit Schmerzen hatte oder sei es nur Migräne über Tage, ist es irgendwie furchtbar und macht einen Mürbe und man hat irgendwann keinen Bock mehr, so. Du kommst aber da ja nicht raus, du steckst in deine Haut und kommst da nicht raus, das heißt, irgendwie muss man klarkommen, es geht ja auch immer weiter, aber das war sicherlich was, was mich so peu à peu so ein bisschen Mürbe gemacht hat und dann auch der Nachgang nach dieser OP, die sollte ja eigentlich dieses Ursprungsproblem beheben, sollte den Bandscheibenvorfall beseitigen, da wurde im Prinzip Bandscheibenmaterial entfernt aus dem Spinalkanal, die Druckverhältnisse im Spinalkanal waren danach auch besser, das heißt, ich hatte zuvor Lähmungserscheinungen, die waren nach dieser OP besser. Die Schmerzen hingegen, das ist ja dann so ein Nervenschmerz, so war es bei mir, also wenn so und so lange was da hinten drückt, auf den Nerv direkt, dann sind es eben massive Schmerzen, nicht nur lokal in der Lendenwirbelsäule, geht auch bis in die Hüfte, kann ins Bein ziehen, das ist so ein bisschen unterschiedlich von Person zu Person. Und das war so was, selbst nach der OP quasi, vor der ich sehr viel Angst hatte, die ich dann trotzdem gemacht habe und irgendwie mit der Hoffnung da reingegangen bin, dann ist es besser oder dann kann alles irgendwie wieder gut werden, wie man so sagt, war halt das Ergebnis, nee, nach wie vor Schmerzen, ja, über Wochen, über Monate im Endeffekt so sehr, dass ich dann eine Schmerztherapie gemacht habe, über anderthalb Jahre, ja, massiv nochmal mit Schmerzmitteln versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen, das, ja, aufzufangen und irgendwie rauszukommen aus dieser Spirale. Was ich mir ultra schlimm vorstelle, ist einfach, wenn du, ja, wenn du weißt, dass du Schmerzen hast, dass irgendwas nicht stimmt und nicht nur irgendwie ein bisschen was nicht stimmt und du dann so Aussagen kriegst, wie du bildest dir das nur ein, dann fängt man ja irgendwann vielleicht auch an irgendwie einen gewissen Wut zu entwickeln und irgendwann vielleicht sogar selber zu glauben, was man die ganze Zeit erzählt bekommt. Ja, also das spielt mit Sicherheit mit rein, dass ich mir da zu dem Zeitpunkt, ja, also man muss dazu sagen, ich hatte nie wirklich was, ich habe mir nie was gebrochen, ich war nicht nennenswert krank als Kind, ich bin eigentlich aufgewachsen so in dem Verständnis, der Körper kann alles oder der, ja, funktioniert einfach und alles ist soweit gut, das ist jetzt im Nachhinein natürlich eine totale Luxusposition, hat zu dem Zeitpunkt aber auch dazu geführt, dass es so diese Komponente gab, dass ich erstmal, ich sag mal, damit klarkommen musste, dass der nicht einfach weiter funktioniert, dass man nicht sagen kann, ja, wenn ich es nur genug will oder quasi mich mit meinem Kopf da durchsetze, dann funktioniert es schon, sondern dass der Körper einfach sagt so, nee, full stop, hier geht gar nichts mehr, wir können uns heute nicht bewegen und ich meine damit wirklich, man liegt im Bett, hat Schmerzen, es gibt keine Position, in der alles irgendwie erträglich ist, du kannst nicht hocken, nicht knien, nicht nach links hängen, nicht nach rechts, es gab keine Position, in der ich irgendwie sein konnte ohne Schmerz. Das ist dann so, ja, dahinvegetieren über Stunden und Tage und eigentlich abwarten, auf das ist, dass es irgendwie besser wird und sich da was entscheidet, ja, so ein bisschen, man kann es vorher nicht, ich glaube, so ein großes Problem an der ganzen Sache ist auch, dir kann in dem Moment quasi keiner helfen, weil niemand auch da reinschauen kann, es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, es gibt nicht den einen Bandscheibenvorfall oder den einen Zustand, der den Nerv in irgendeiner Form einschränkt und dann läuft es so und so ab und es braucht so und so lange, um sich zu regenerieren und du kannst dieses und jenes tun, dir kann dann nicht so wirklich jemand was an die Hand geben, sondern es ist viel ein Ausprobieren, abwarten, hoffen, dass da Selbstheilungskräfte des Körpers irgendwie einsetzen, dazu mit medikamentöser Behandlung, dann sobald es wieder geht, klar, gegenarbeiten mit Übungen, ganz klassisch, die einem Physiotherapeut oder eine Therapeutin gibt, irgendwie unterstützen zu den Schmerzmitteln, so ist dann der Weg da langsam raus. Wie hat dein Umfeld dann das Ganze aufgenommen, also wie hat deine Familie reagiert, deine Freunde? Unterschiedlich. Also ich würde mal behaupten, egal welche Form von körperlicher Einschränkung man erfährt, ich würde soweit sogar gehen, zu sagen generell, egal ob jetzt in jungen oder in älteren Jahren, aber in jungen Jahren ist es noch ein bisschen was Besonderes, also bei älteren Menschen ist es ja üblich, dass die vielleicht irgendwie so ein Gebrechen, wie man so sagt, oder halt irgendein Leid haben und dann kann das Umfeld damit okay gut umgehen. Wenn man noch sehr jung ist, dann ist es oft ein bisschen Unverständnis, weil es halt nicht der Standard ist, weil es nicht so in Anführungszeichen vorgesehen ist. Das heißt, das Umfeld braucht auch so eine Weile, um das zu akzeptieren, zu realisieren, so ein bisschen auch zu verstehen. Das Ding am Rücken ist ja auch so ein bisschen, in dem Moment, wo es mir dann besser ging, damit ich rumgelaufen, dass das mir ja nicht angesehen, also man sieht dann wieder stabil aus, man bewegt sich normal, wenn du nicht irgendwie bleibende Schäden hast und humpelst und irgendwie dein Nerv so geschädigt ist, dass du quasi fortwährend ein erkenntliches Zeichen hast, dass da irgendwas war, dann wissen es ja nicht alle Menschen und das sind zum einen natürlich die Menschen, die du neu kennenlernst, die können das nicht sehen und dann sind es aber auch die Menschen, mit denen du schon seit langen Jahren zu tun hast, die vielleicht dabei waren, die bei dir am Bett saßen, als es dir schlecht ging, aber trotzdem haben das die Menschen ja nicht dauernd auf dem Schirm und das war so was, wo ich ganz deutlich einen Unterschied gemerkt habe, auch zwischen, ja, oder innerhalb meines Freundeskreises, dass eben manche Menschen damit besser umgehen konnten oder unterstützender für mich und andere weniger gut, in dem Sinne, als dass manche meiner Freundinnen und Freunde das irgendwie so ein Stück weit mit auffangen konnten, die haben das einfach verinnerlicht, die haben, wir waren einkaufen, wir sind im Supermarkt, es gibt irgendwie, wir wollen abends, was heißt ich, grillen, irgendwas zusammen essen, es gibt eine leichtere Tüte und eine schwerere Tüte und es gibt einige Menschen in meinem Freundeskreis, die das so verinnerlicht haben, die dann einfach automatisch die schwerere Tüte nehmen. So, und dann nehme ich die leichtere und alles ist irgendwie okay. Andere haben das nicht so auf dem Schirm und dann komme ich in Verlegenheit, das vielleicht zu sagen oder ich mache ein bisschen zu viel. Ich meine, es ist auch immer so ein bisschen ein Spiel. Es ist ja klar, dass ich bin noch jung, ich will auch leistungsfähig sein, ich will auch meinen Beitrag leisten, ich will dann auch was machen und helfen und habe nicht die Erwartungshaltung, dass alle um mich rum alles machen müssen und mir abnehmen müssen und tragen müssen. Aber es ist so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen in dem Moment, wo jemand anderes quasi ein leichtes, es für diejenige Person ein leichtes ist, mich da zu unterstützen und es ist schon eine richtig große Hilfe für mich, wenn ich irgendwie nicht ein zehn Kilo Kartoffeln trage, sage ich jetzt mal blöd. Und für andere Menschen ist das irgendwie gar kein Problem, dann ist es eine totale Erleichterung, wenn die Person das einfach tut, in dem Moment, wo ich es immer wieder erklären muss oder irgendwie selber da so, ja, mich immer wieder in die anderen Personen reinversetzen muss und sagen muss, hey, könntest du vielleicht oder ist es in Ordnung, dann ist es eine gewisse Anstrengung für mich. Also so würde ich sagen, dass ein Teil in meinem Umfeld total gut reagiert hat, das so mit aufgefangen hat, dadurch eine totale Unterstützung war für mich. Ein anderer Teil hat durch, ja, hat durch manches Verhalten dazu gefühlt, dass es quasi eine zusätzliche Anstrengung für mich war. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Also ich laufe auch nicht rum und habe den Anspruch, dass irgendwie alle da ihre Kapazität reinstecken, es für mich leichter zu machen. Das ist völlig in Ordnung. Was, ich sag mal jetzt nicht ganz in Ordnung war oder was für mich sehr schwierig war, waren diejenigen Personen, die so gute Laune-Freunde waren. Und ich sag waren, weil sie es eben jetzt nicht mehr sind. Da hat sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt, möchte ich sagen. Das heißt, ja, manche vielleicht einfach Bekannte aus dem Studium. Die, mit denen man sich nur getroffen hat, um zum Beispiel zu feiern oder irgendwas. Genau, die Partypeople, die Freunde. Die Freunde für mal wo ausgehen und so. In dem Moment, wo man da dann nicht mehr mitspielen kann, ist man halt raus und dann wird auch nicht mehr nachgefragt oder so. Das ist in Ordnung. Ich kann das auch ein Stück weit verstehen. Es war halt in dem Moment vielleicht manchmal schwierig für mich, wenn es Menschen waren, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, wo ich irgendwie dachte, hey, wir haben eine Basis, wir haben einfach eine Freundschaft oder es sind einfach Menschen, die sich gut verstehen. Und dann musste ich in dem Moment feststellen, nee, ist wohl nicht bei allen so oder das funktioniert nicht für alle. Die wollen das nicht mitgehen. Das ist auch in Ordnung. Aber das, ja, wird wahrscheinlich jeder Mensch kennen, der in irgendeiner Form vielleicht mit einer Krankheit zu kämpfen hat oder mit irgendeiner Einschränkung oder mit einer Behinderung, dass da das Umfeld verschieden reagiert und man auch so ein bisschen anfängt zu filtern und sich dann halt mit den Menschen umgibt, mit denen das gut funktioniert und die das mit akzeptieren können. Nachdem man nämlich selber diesen großen Schritt gegangen ist, das irgendwie zu akzeptieren, dass es so ist und so bleibt, kommt dann nachgelagert, dass das die Menschen um einen rum das auch akzeptieren müssen und mitgehen, dass es so bleibt. Und was denkst du, was dir dabei am meisten geholfen hat, mit der ganzen Sache klarzukommen, das vielleicht auch zu akzeptieren? Tatsächlich am meisten. Also schwierig, da jetzt eine Sache zu nennen. Ich habe sehr viel mein Denken verändert und auch mein Handeln und das war sicherlich ein Prozess und eine Entwicklung über Jahre, möchte ich sagen. Ich habe eine Psychotherapie gemacht unter anderem, und das hat definitiv viel geholfen. Einfach im Hinblick darauf, wie ich mit der ganzen Sache umgehe, wie ich das für mich verbuche, was ich mit dem Anspruch an mich selber mache, zum Beispiel leistungsfähig zu sein. Oder ja, in dem Moment, wo ich dann zum Beispiel nicht mehr 100 Prozent arbeiten konnte, war das für mich schwierig, weil ich noch jung war und dachte, hey, um mich rum können das alle, ich bin nicht leistungsfähig, ich bin irgendwie defekt vielleicht vom Gefühl her, ich kann da nicht mithalten. Und das sind natürlich irgendwie schwierige Umstände, wo es mir persönlich sehr, sehr geholfen hat, da einfach ein bisschen Input von außen zu bekommen. Gleichzeitig, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, habe ich eine Schmerztherapie gemacht, medikamentös. Das ist noch so ein eigenes Kapitel, wie gut ich das fand oder nicht oder wie empfehlenswert ich das finde. Aber übergeordnet muss ich sagen, ich glaube, bei mir hat es das gebracht, weil ich bin da reingegangen mit einem chronischen Schmerz und rausgekommen ohne den chronischen Geschmerz. Das heißt, das war das Ziel, das war der Sinn. Das heißt, eigentlich bin ich ein Beispiel dafür, wie das gut funktionieren kann. In der Kombination eben, wie angesprochen, gerade mit der Therapie und einer Verhaltensänderung so im Alltag. Und ja, lernen, langsam lernen, damit umzugehen. Das hat mir im Prinzip geholfen. Wann würdest du sagen, war jetzt so dein größter Tiefpunkt bisher mit der ganzen Geschichte, wo du gesagt hättest, boah, da habe ich echt gedacht, so ey, das geht nicht mehr? Mir fallen spontan drei konkrete Momente ein. Müssen wir danach erörtern, was der absolute Tiefpunkt war. Das eine war nach der OP, kurze Zeit nach der OP, ich kann nicht genau sagen, wie lang, paar Wochen vielleicht. Da weiß ich, ich stand unter der Dusche und habe das Wasser nicht gespürt. Also ich weiß, ich war unter der Dusche und habe gedacht, hey, ich merke das überhaupt nicht. Ich merke eigentlich gar nichts. Ich war wie so taub. Ich glaube, es war so ein Stück weit auch eine Reaktion des Körpers, der einfach nach so und so viel Schmerz sagt, Ende. Wir nehmen einfach gar nichts mehr wahr. Aber das war natürlich psychisch dann eine Herausforderung oder irgendwie krass das Gefühl, sich gar nicht mehr wahrzunehmen und auch so einen äußeren Reiz, wie eben das Wasser in dem Fall einfach nicht mehr wahrnehmen zu können. Das war so ein bisschen spooky und hat mich irgendwie erschreckt. Die zweite Situation war, fällt mir gerade nicht ein, die dritte Situation fällt mir gerade ein, das war eine Reha-Klinik. Wir sind jetzt in der Timeline ein paar Jahre später. Das war mit 29. Das war quasi der letzte Bandscheibenvorfall. Der ganze fand statt an zwei Etagen diesmal, also nicht nur eine Bandscheibe, die da rausgefallen ist, sondern zwei. Und dann war ich in der Reha-Klinik. Ich hatte mich davor entschieden, mich nicht ein weiteres Mal operieren zu lassen, weil meine ganze OP-Erfahrung nicht sehr gut war beim ersten Mal und bin dann den konservativen Weg gegangen, das heißt einfach mit einer Kombination aus Physiotherapie, vielleicht auch Akupunktur, Muskelaufbau, Sport etc. dann den Heilungsprozess irgendwie zu begleiten. Und dann war ich in der Reha-Klinik, um eben das zu tun, um da Sport zu machen, um da die Behandlungen zu bekommen. Und die haben mir gesagt, ja, sie haben sich ja nicht operieren lassen. Was sollen wir denn mit ihnen? Also es war so ein quasi gegen das System plötzlich kämpfen müssen, ob meiner Entscheidungen. Also irgendwie habe ich dann nicht mehr ins Raster gepasst, weil ich habe mich nicht dem gebeugt. Ich habe mich nicht operieren lassen, obwohl es mir angeraten wurde. Und dann bin ich irgendwie da rausgefallen. Dann hieß es ja, was sollen wir mit ihnen machen hier drei Wochen? Was wollen sie überhaupt noch erreichen? Und das war dann ja sehr herausfordernd, weil ich irgendwie gedacht habe, so schnell geht das, dass man dann, dass es keinen Plan mehr gibt oder dass man nicht mal es versuchen darf oder irgendwie man kämpft so viel und macht so viel und kommt da hin nach langem Weg. Und dann ist das halt so ein Brett vor dem Kopf, wenn es irgendwie heißt, ja, wir haben sie schon aufgegeben oder sie sind ja so ein Lost Case. Was sollen wir noch mit ihnen? Also dass alle Standard Wege dann quasi schon ausgeschöpft sind, wie schnell das ging, hat dich quasi dann verstört so ein bisschen? Ja, beziehungsweise wie im Prinzip verstört hat mich, wie das System ist, das vorgesehen ist, bei Indikation XY muss sofort operiert werden und dann passiert folgendes und folgendes. Du bist eine Nummer im System und das ist das Raster und da musst du irgendwie reinpassen. Und in dem Moment, wo du vielleicht nicht ganz reinpasst, ist das System schnell am Ende und du, ja, wirst irgendwie so ein bisschen, also die Aufnahmeärztin, das weiß ich noch, die hat mich angeguckt, als wäre sie regelrecht beleidigt oder sauer mit mir, weil ich mich dazu entschieden habe, mich nicht operieren zu lassen. Wo ich mir so dachte, das hat mit ihrem Leben doch gar nichts zu tun. Und das, was die mit mir machen in der Reha-Klinik, hat eigentlich auch nichts damit zu tun, ob ich jetzt operiert wurde oder nicht. Der Sinn soll ja sein, dass es einem danach besser geht als davor. Das war irgendwie einfach so ein bisschen erschreckend, dass da das System sofort zu Ende ist oder keinen Platz mehr für einen haben möchte. Aber richtig Tiefpunkt, es gab so viele. Oh Mann. Es ist so ein bisschen grotesk, aber es ist sehr schwer, da einen auszumachen, weil es halt über mehrere Jahre hinweg ein, ja, ein bisschen ein Auf und Ab war und immer, wenn ich so dachte, okay, es wird, es wird, es wird, ich mache zum Beispiel diesen Sport oder jenen Sport oder hoffe, es wird besser, so bam, kriegst du wieder eins rein, weil dann kommt der nächste Bandscheibenvorfall. Und dann rafft man sich wieder so zusammen und denkt, okay, ich probiere es nochmal, ich ändere mein Leben, ich ändere meine Einstellung, ich gehe vielleicht in Teilzeit, ich mache einen anderen Sport, ich mache auch so was wie Qigong oder irgendwas, was den Kopf so ein bisschen mit beruhigt und anguckt und dann irgendwie, bam, kriegst du wieder eins rein und man wird so ein bisschen, man muss quasi so ein bisschen an sich halten, da nicht frustriert zu werden. Das war so was, da gab es einige Momente, an denen ich eigentlich echt hätte sagen wollen, boah, ich will nicht mehr, es bringt alles nichts, es ist nur frustrierend, ich mache und tue und kriege quasi immer wieder eins auf den Deckel. Das waren quasi alles Tiefpunkte, wo man so mit sich selber kämpft und denkt, warum mache ich das noch und ich streng mich so an und mache dieses und jenes und es funktioniert quasi nicht. Du findest so keinen Ausweg oder du hast das Gefühl, machtlos zu sein, weil alles, was du versuchst, kann dir auch keiner sagen, das ist jetzt das Richtige oder nicht. Das heißt, bei ganz vielem, probiere aus. Also das ist wie, da fängt es an mit Matratzen kauf. Ja, für manche ist die 70 Euro Billow-Matratze von Lidl oder jedem anderen Discounter was, für den anderen ist es die 6000 Euro Tempur irgendwas Matratze. Das kann dir keiner sagen, es gibt kein Rezept. Also du musst es einfach irgendwie rausfinden und diesen langen Weg gehen von, was tut mir im Speziellen gut, was funktioniert für mich im Speziellen und dabei immer wieder aufrappeln, nicht von, ja, von irgendwelchen Widerständen da runterdrücken lassen, wenn halt irgendwas nicht funktioniert. Oder wie ich jetzt gerade gesagt habe, man so eins auf den Deckel kriegt. Man muss einfach damit, ja, umgehen lernen und immer weitermachen. Und inwieweit würdest du sagen, hat das bei deiner damaligen Partnerschaft irgendwie dann eine Rolle gespielt im Sinne von, dass das, hattest du das Gefühl, dass das irgendwie, ja, der Sache geschadet hat oder dass irgendwie das, weißt du, wie ich meine, dass ihr viele Sachen vielleicht nicht unternehmen konntet zum Beispiel oder das? Na, ich glaube fast nicht, aber das liegt daran, dass wir uns quasi kennengelernt hatten, nachdem mein Zustand schon so war oder beziehungsweise eigentlich haben wir uns kennengelernt, da ging es mir schlechter als dann später in der Beziehung. Das heißt, für die Dynamik oder für die Möglichkeiten, die wir hatten, was wir unternehmen konnten etc. war es eigentlich eine Verbesserung über die Beziehung hinweg. Deswegen, so, wenn ich jetzt mir überlege, wir wären davor schon zusammen gewesen und dann war es so, bam, Bandscheibenvorfall und plötzlich bin ich quasi behindert oder ja doch im Alltag behindert und gehindert daran, Dinge zu tun und eingeschränkt einfach und muss mich da neu sortieren und diesen ganzen Prozess lostreten. Das hätte so eine Beziehung wahrscheinlich wahnsinnig belastet. Da war das Glück, dass, oder also was heißt Glück, aber die Frage hat sich mir nicht gestellt, weil im Prinzip ... Es war schon klar, was er sozusagen erwarten kann oder auch nicht erwarten kann. Genau. Ich habe da mit offenen Karten gespielt. Ich habe da am Anfang gesagt, hey, pass auf, so ist es. Ich fange jetzt, das war, ich weiß noch, mit meinem damaligen Partner, wir sind zusammengekommen, kurz bevor ich diese medikamentöse Schmerztherapie begonnen habe. Und ihm war quasi klar, das wird kommen und ich hatte da gesundheitliche Probleme und ich bin dabei, irgendwie mich darum zu kümmern. Keiner wusste natürlich zu dem Zeitpunkt, welche, ja, wie wird es laufen? Schlägt das irgendwie an oder nicht? Oder bin ich, wie weit kann ich gehen? Ich erinnere mich einmal am Anfang, da hatten wir quasi ein Date und sind gelaufen und ich habe so gemerkt, nach, was weiß ich, nicht lange, anderthalb Kilometer oder so, ich kann gerade einfach nicht mehr gehen. Also es ist so ein bisschen auch das Problem mit Rückengeschichten im Allgemeinen oder vielleicht mit orthopädischen Geschichten. Es ist ja nicht so, dass man, so, dir geht es jetzt schlecht und dir geht es für immer schlecht und vor allem für immer gleich schlecht und dann geht nichts, du kannst nicht dieses, jenes, das. Sondern bei mir war das so, einen Tag ging es total gut, ich hatte keine Schmerzen, ich konnte viel laufen, vielleicht auch mal eine Wanderung machen, 10, 12 Kilometer, alles toll. Zwei Tage später will ich einen Spaziergang machen und gehe einen Kilometer und denke mir danach, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich breche auseinander, ich kann meinen Oberkörper nicht alleine halten, ich muss mich jetzt hinlegen, was dann dazu führt, dass ich tatsächlich schon an ungewöhnlichen Orten liegen. Könnte ein lustiges, kleines Petsi-Buch sein. Ich weiß nicht, ob das so für Kinder geeignet ist, aber also wenn es darum geht, an ungewöhnlichen Orten zu liegen, dann habe ich im Angebot das Rathaus in Brüssel, den Boden in der S-Bahn, Boden im Allgemeinen irgendwo auf der Straße, ich weiß es nicht, Parkbänke auf jeden Fall auf der Wiese, weil eben das bei mir sich so geäußert hat mit dem Rücken, dass manchmal ich ja wie so Muskelkrämpfe hatte in den Rückenstreckern, in den großen Muskelpartien und echt das Gefühl hatte, ich kann quasi mich nicht aufrecht halten. Ich breche durch, weil mein Gefühl so, als würde ich so in mir zusammenklappen und dann musste ich liegen. Und dann sind wir schnell auch wieder bei dem Punkt psychische Belastung. An sich ist es nicht so schlimm, wo zu liegen, aber es ist natürlich wahnsinnig unangenehm. Und wenn man sich einfach wo in einem Park hinlegt, ja gut, im Park auf der Wiese fällt es vielleicht nicht so auf, aber wenn du auf der Straße dich einfach wo hinlegst und du liegst wo auf dem Teer und du hast vielleicht noch einen Freund oder eine Freundin dabei, die deine Füße hochhält, dann kommen die Leute schon und gucken, beziehungsweise ist klar, dass man dann so ein bisschen zur Attraktion wird. Und das ist was, da muss man dann mit umgehen lernen. Ist ehrlich gesagt in dem Moment auch gar nicht so schwer, weil mir war so alles scheißegal. Ich war so jetzt liegen, ich kann es eh nicht ändern. Ich muss, ja, jetzt irgendwas an meiner Situation ändern, damit es besser wird. Und wenn du jetzt überlegst, du würdest jetzt jemanden kennenlernen, der jetzt in deinem damaligen Alter oder sogar noch jünger ist und auch so ein massives Rückenproblem oder auch eine andere körperliche Einschränkung bekommt, was hättest du gerne damals gewusst oder was könntest du diesen jungen Menschen jetzt mit auf den Weg geben, wie man an so eine Sache rangeht, einigermaßen systematisch, so inwieweit das überhaupt möglich ist, systematisch, wenn man so starke Schmerzen hat, ne? Das ist natürlich klar. Ja, sehr gute Frage. Ja, ich, was hätte es für mich leichter gemacht damals, ich glaube, wenn irgendjemand mir den Druck hätte nehmen können, den ich mir vielleicht selber gemacht habe. Also damit wird es alles irgendwie wieder gut? Wie gehe ich damit um? Inwieweit kann ich jemals wo wieder arbeiten? Und auch vielleicht, inwieweit kann ich jemals mein Leben weiter planen? Ich meine, ich war Anfang, Mitte 20. Andere Menschen überlegen sich dann vielleicht, weiß ich nicht, will ich mal Kinder, will ich mal dies, will ich noch reisen? Das war so ein großes Thema. Das war zu dem Zeitpunkt viel noch im Studium, wo alle Menschen um mich rum irgendwie reisen gegangen sind. Und das war so was, also mal abgesehen davon, dass ich nicht hätte einen großen Rucksack tragen können, war die Vorstellung, irgendwo in einem Land zu sein, nicht zu wissen, wie ist da vielleicht die medizinische Versorgung, geschweige denn, wie komme ich da weg, wenn was ist? Also so ein großer Faktor war ja dieses, ich wusste lange Zeit immer nicht, wann passiert das Nächste. Und so nach zwei, drei, vier Bandscheibenvorfällen, so traurig das ist, weil ich ein Stück weit auch schon dran gewöhnt, dass alle naselang was passiert. Das heißt, ich habe wie so ein bisschen auch immer gewartet, wann passiert das Nächste oder was kommt als nächstes. Boah, das stelle ich mir kaum noch vor. Und das, ja, voll, weil es halt dich wahnsinnig einstrengt in den Dingen und das ist halt dann wieder das, wenn du jung bist, dann hast du eigentlich andere Dinge im Kopf oder dein Umfeld hat andere Dinge im Kopf. Gleichaltrige Menschen um dich rum sagen, hey, ich will da noch hinreisen, ich will das noch machen und dieses. Und man denkt so, hm, schön, ja, würde ich vielleicht auch gern. Ich komme aber gar nicht dahin, mir die Frage zu stellen, sondern ich beschäftige mich mit anderen Dingen und freue mich wahnsinnig über eine Tube Voltarenforte, wenn sie mir jemanden schenkt oder so. Ja, ist dann auch noch ein Faktor, wenn man ein Student ist, das ist alles wahnsinnig teuer, ey. Zuzahlung hier, Physiotherapie da, Osteopathie, keine Ahnung, das wird alles nicht bezahlt. Medikamentenzubzahlungen. Wie, das heißt, du, du, also die Krankenkasse macht im Prinzip, ja, also das war mir schon auch vorher klar, dass sie auch aus eigener Erfahrung, dass die Krankenkasse jetzt nicht unbedingt alles bezahlt, was dem Menschen helfen würde. Aber da sind wir ja schon wieder bei einer anderen Thematik, nämlich, warum muss ein Krankenhaus oder das, ja, ganze Krankensystem irgendwie gewinnbringend sein? Ja, gut, das ist, glaube ich, eine ganz andere Frage. Aber da machen wir, die Schublade machen wir heute nicht mehr auf. Nee, nee, vor allem wollte ich noch deine erste Eingangsfrage eben zu der Thematik beantworten, was man mir hätte raten können oder was ich jungen Menschen heute raten würde. Ich glaube in erster Linie, wenn ich jetzt wirklich jemanden treffe, der vielleicht ein ähnliches Problem, sag ich mal, hat oder einfach in irgendeiner anderen Form eine Einschränkung und ich habe aber das Gefühl, ich könnte der Person irgendwie helfen, dann würde ich anbieten, darüber zu sprechen. Weil ich glaube, im ersten Schritt hätte mir schon geholfen, irgendein Erfahrungsbericht, ich war, ja, zu dem Zeitpunkt, wenn ich im Krankenhaus war, meistens auf diesen orthopädischen Stationen mit irgendwelchen Leuten um die 70, die eine neue Hüfte kriegen oder wenn, so Rückengeschichten, dann waren die jenseits der 60, die Menschen, dann waren auch die Behandlungsmethoden irgendwie andere. Weil es heißt, ja klar, wir versteifen dann und keine Ahnung, das hält zehn Jahre. Wenn du 75 bist, dann ist dir das herzlich egal, was danach passiert oder irgendwie sind die Aussichten anders, als wenn du halt Mitte 20 bist, dann kannst du dir ja ausrechnen, wir versteifen mal und dann hält es zehn Jahre, ja toll, bin ich Mitte 30 und was passiert dann? Also es war einfach, es war sowas, ich hätte irgendwie, glaube ich, jeden Erfahrungsbericht genommen. Es muss ja nicht genau das Gleiche sein, aber einfach auch von einem anderen Menschen, der in recht jungen Jahren irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, wie das ist, eine Einschränkung zu haben oder so einem, ich sag mal, ja, wie sagt man es so schön, einer Herausforderung gegenüber zu stehen, in dem Maße, die natürlich vielschichtig ist mit verschiedenen Komponenten, mit der psychischen Komponente, mit der körperlichen Komponente, mit der Komponente Umwelt, was wir jetzt angesprochen haben, oder Umfeld. Ich hätte viel darum gegeben, mich da mit irgendjemandem auszutauschen, der irgendwie Ähnliches erlebt hat. Ich glaube, wenn ich jetzt mir einen Satz überlegen müsste, den ich da einem Menschen mit auf den Weg geben würde, dann echt durchhalten, es wird besser, es ist hart, aber es lohnt sich zu kämpfen. Und ja, informier dich, du bist gezwungen, selber zu denken, du musst es irgendwie selber für dich entscheiden. Hör nicht nur auf das, was irgendwie eine Quelle sagt oder ein Mensch sagt, sondern informier dich, versuch irgendwie für dich den besten Weg zu finden. Ich glaube, so gut unser Medizinsystem ist, so schnell ist es auch dann bei manchen Sachen schon am Ende im Sinne von, kann dir keiner sagen, wie genau ist das in deinem Einzelfall und das ist so mit, sei es jetzt ein Bandscheibenvorfall und dein Nerv wurde abgequetscht, aber sei es auch, du hast einen Tumor oder ähnliches. Klar gibt es Behandlungsmethoden oder eine Chemotherapie oder Ansätze, aber keiner kann dir im Vorhinein sagen, so, wir machen jetzt genau das XYZ-Verfahren und dann passiert jenes. Sondern es ist einfach eine gewisse Ungewissheit dabei und ich würde sagen, informier dich und guck, dass du da einen Weg findest, mit dem du dich wohlfühlst, den du gut gehen kannst und erwarte nicht zu viel von dir. Also es ist völlig in Ordnung, dass man damit so ein bisschen kämpft. Also eigentlich hast du jetzt fast schon meine Frage, meine nächste beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem noch, ob es dich in irgendeiner Art und Weise stärker gemacht hat. Auf jeden Fall. Kann ich ganz klar beantworten. Die ganze Geschichte, ich bin tatsächlich ein Optimist und stand oft vor der Herausforderung, mich dem nicht hinzugeben und irgendwie zu verzweifeln, sondern mich da immer wieder aufzuraffen und zu denken, okay, ich packe das, wie auch immer, ich finde hier einen Weg raus oder einen Weg, wie es weitergeht. Es hat mich auf jeden Fall stärker gemacht, weil es mich gezwungen hat, mich mit mir selber auseinanderzusetzen in einem Maße, wie man es sonst vielleicht viel später im Leben erst tut. Ich sage immer so scherzhaft, Midlife Crisis hatte ich schon mit Mitte 20, die brauche ich nicht mehr mit 50, da bin ich schon durch, da bin ich mal gespannt, wie das dann ist, wenn ich in dem Alter bin, ob es sich wirklich bewahrheitet und ich dann da irgendwie drüber stehen kann, über den Dingen, die mein Umfeld beschäftigen oder ob da nochmal was anderes kommt. Aber ja, also es hat mich gezwungen, mich mit mir zu beschäftigen, mich mit vielen Fragen auseinanderzusetzen, mich weiterzuentwickeln, ja, vielleicht wahrscheinlich schneller, als ich es sonst getan hätte. Das ist auch so ein Punkt, den ich mir dann, ja, versuche vor Augen zu führen, warum es vielleicht positiv war. Jetzt im Nachhinein denke ich echt, ich versuche dem Ganzen was Positives abzugewinnen, dass es mich, ja, stärker gemacht hat, vielleicht weitergebracht hat, äh, keine Ahnung, manchmal hatte ich auch so Momente und habe ganz doof gedacht, ach, vielleicht war es gut, ich hatte einen Bandscheibenvorfall und lag im Krankenhaus, dann wurde ich nicht vom Auto überfahren, weil, weil das sonst passiert wäre oder so. Ja, man wird dann kreativ, man, also, oder ich kann ja nur von mir sprechen. Ich wurde sehr kreativ, mir da Dinge zu überlegen, warum das jetzt so hat sein müssen, warum es für irgendwas gut war, war irgendwie leichter für mich, wenn es, wenn es für was gut war, als so ganz, ja, willkürlich, wie es auf einer Art halt ist und auch vielleicht gemein oder, ja, einfach doof, wenn man jung ist und sowas passiert, aber auch einfach doof, wenn man jung ist und sowas passiert und dann passiert es wieder und wieder und wieder und wenn du halt dafür gekämpft hast, dass es eigentlich besser wird. Also, wenn es, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast und du kümmerst dich nicht drum und machst nichts und dann kriegst du wieder ein, ja, sorry, Pech gehabt, dann, man muss halt so ein bisschen an seinem Verhalten was ändern. Es kommt ja von nichts. Ja, da irgendwie das geschafft zu haben, nicht daran zugrunde zu gehen, klingt so groß, aber halt so ein bisschen daran zu zerbrechen. Strand zu verzweifeln, ja. Ja, ja, genau, das ist das richtige Wort. Daran nicht zu verzweifeln, das hat mich auf jeden Fall stärker gemacht und bringt tatsächlich auch, um mal da eine positive Aussicht vielleicht zu geben für Menschen, die auch mit irgendwas zu kämpfen haben, so, es bringt einem tatsächlich auch was in anderen Bereichen. Also, es hat mich sicherlich beruflich weitergebracht, weil es mir einfach eine ganz andere Flugebene gegeben hat. Also, du hast dann einfach nicht mehr den Luxus, dich so emotional mit irgendwelchen Dingen da auseinanderzusetzen, die im Job passieren, wenn du schon mit Mitte 20 lernen musstest, dass Gesundheit eigentlich das höchste Gut ist. Also, das gibt ja auch eine gewisse Gelassenheit dann in anderen Bereichen und eine andere, ja, Flugebene, möchte ich mal sagen. Das heißt, ja, es bringt auch was. Ich will es niemandem schönreden, aber es macht stärker. Also, was du sagen willst, dass du glaubst, dass man eben auch eine Art Entwicklungsvorsprung hat dadurch. Was heißt Vorsprung? Das kann ich nicht burschreiben. Ja, das ist vielleicht das falsche Wort für Vorsprung. Ich meine, dass man, dass man, ja doch. Also, ich glaube, in Bezug auf sich selber. Jetzt nicht Vorsprung gegenüber anderen Menschen, weil das weiß ich ja nicht, vielleicht tut für jemand anderen. Ja, wer, ja, wer legt fest, wo was ist, aber klar, aber ich, dass, dass man sich vielleicht schneller entwickelt, wie du auch schon gesagt hast. Genau, also ich würde sagen, dass das eigene Entwicklungspotenzial vielleicht schneller und vielleicht auch weitreichender ausgeschöpft wird, als es ohne diese Ereignisse gewesen wäre. Würde ich so unterschreiben. Ja, dann haben wir doch jetzt wenigstens mit was Positivem geendet und ich danke dir ganz herzlich, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Und ich denke, wir konnten vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Mut machen. Ich glaube, wir haben fünf Töpfe aufgemacht für andere Themen. Genau, also das heißt, du warst sicherlich nicht das letzte Mal da. Ach so, das sollte das gar nicht heißen, aber es ist doch, stelle ich immer wieder so fest, sehr, auch wenn halt sowas nicht nur einmal vorgekommen ist, sondern über Jahre, man sammelt halt so viel vielschichtige Erfahrungen. Das ist manchmal erschreckend, wenn ich so im Nachhinein oder wenn ich das jemandem, den ich neu kennenlerne, irgendwie so erzähle, dann, es ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag da dran denke oder dauernd so aktiv mir die einzelnen Bandscheibenvorfälle vor Augen führe oder irgendwas. Ich habe halt in meinem Alltag gewisse Handlungsweisen und denke mir, ja, okay, ich kaufe mir noch einen Schreibtisch, es wird halt sicherlich einen Schreibtisch mit, der höhenverstellbar ist oder so. Solche Überlegungen sind einfach da, aber dafür denke ich ja nicht aktiv, weil ich Bandscheibenvorfälle hatte, entscheide ich mich jetzt für diesen oder jeden Tisch, sondern es ist so ein bisschen automatisiert, ich lebe auch einfach nur so vor mich hin. Und dann, wenn ich irgendwie neuen Leuten begegne und das so ein bisschen umreiße, dann erschrecke ich manchmal fast selber, dann denkst du, ah stimmt, oh, das ist ja passiert und das ist passiert. Das ist schon ganz schön viel und deswegen ist es, glaube ich, klar, dass da so viele thematische Töpfe mit reinspielen und irgendwie dranhängen an so einer Geschichte, wenn es eben über mehrere Jahre hinweg immer wieder verschiedene Ereignisse gab und das halt so richtig eine, ja, Leidensgeschichte ist und nicht nur ein Leidensereignis, ein Einzelnes. So, aber das sollte gar nicht heißen, dass die Töpfe alle für mich aufgemacht sein müssen. Es gibt bestimmt viele Menschen, die sich über unser Medizinsystem auslassen wollen oder Zuzahlungen der Krankenkasse. Ja, das gibt es in der Tat bestimmt viele, aber das Thema schieben wir jetzt mal noch ein bisschen. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Dann bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao, Miri. Und das war's schon wieder mit Edelreudig. Wenn ihr immer noch nicht genug habt, hört doch mal in die anderen Folgen rein oder besucht den Felice-Blog unter felice.com. Dort findet ihr viele spannende Artikel. Und ihr wisst ja, nur wer normal ist, kann durchdrehen. Edelreudige Grüße, euer Felix. Halt, halt, da wäre noch was. Wenn es dir gefallen hat, dann bewertet doch diesen Podcast. Edelreudig, eine Produktion der Felice GmbH.